Okay, was haben wir noch? Wir wollen eigentlich ja jetzt mal uns ein bisschen was angucken. Ich habe offen gesagt jetzt gerade gar keine Ahnung, wonach ich suche, weil ich das wirklich... Ja, wahrscheinlich Ufo Hearing und dann Grush, ne? Und dann wird es schon irgendwelche Compilations geben. Ich will nur jetzt nicht zu wenig, ich will aber auch nicht zu viel mir anhören. Morgen spielen wir ja auch nochmal... Gucken wir gerade mal nach, Moment. Gucken wir gerade mal nach beim Simon. Schießspiel, das ist echt so dumm, ey. Muss ich gleich noch ändern. Generell müssen wir alles da noch ändern. Ne, ich will doch nur... Hä? Das ist manchmal so weird, wie man... Ich will doch nur zu meinem Kanal zurück. Da, damit ich das habe. Den Zeitplan. Damit ich den Zeitplan bearbeiten kann, was ihr nicht könnt. Damit ich euch das zeigen kann. Morgen Xenonauts 2, ob 14 Uhr stimmt. Ja, kann schon sein. Vielleicht ein bisschen früher. Aber insgesamt werden wir da noch viel über Aliens reden können. Also morgen Xenonauts das bessere X-Com oder das bessere Retro X-Com. Besser als das Retro X-Com. So werde ich es vielleicht nennen. Viel Spaß wünsche ich euch dabei, wenn wir da morgen da sind. Und wenn wir das dann morgen machen. Das wird sicher cool. So, jetzt suche ich aber wirklich mal hier fette Compilations, wo irgendwie die Best-of ist. Ich kann jetzt keine zweieinhalb Stunden gucken. Die gucke ich mir wirklich gerne nochmal selbst an. Aber ich habe das Gefühl, dass er bei den meisten Fragen ja eh nicht antworten durfte. Und deswegen... Wie lange geht das denn hier von Fox? Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Geht aber auch nur 27 Minuten, ne? 11 Minuten. The Hill. Machen wir das? Simon fand dich mega gut als Judge bei Gamefights. Ja, vielen Dank. Okay, bin ich mal sehr gespannt jetzt. The other two key witnesses were Ryan Graves, the executive director of Americans for Safe Aerospace, and retired commander David Fraber, the former commanding officer of the Navy's Black Aces Squadron. Here is Congresswoman Nacy Mace questioning whistleblower David Grush at the hearing. Let's watch. Do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Das hat er halt immer gesagt, habe ich gehört. Fast immer. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to, that are currently still on the program. Here is a garage saying people have actually been hurt. Dam, dam, dam. Ist auch nicht mehr neu, ne? Warum findet es die Welt nicht mega spannend? Warum redet heute nicht jeder darüber? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Es will mir nicht in den Kopf, dass das einfach abgetan wird mit, oh, weißt du, so mit so einem, mit so einem Augenrollen. Was ist los, Leute? Ey, entertaint euch doch mal. Habt doch mal Freude am Leben, ey. Dass das keiner geil findet. Für mich hat sich das komplette Leben geändert, mittlerweile, dadurch. Denk doch mal nach, was das alles aussagt über euch, über die Menschheit, über den Sinn des Lebens, über absolut alles. Ja, natürlich hat er Leute umgebracht, wer er nicht. Ist doch, also was heißt umgebracht, muss man ja noch nicht mal. Irgendein Shit so, du bedrohst deine Familie, sagst hier, Digga, willst du es wirklich? Oder du hast, du packst deinen Rechner voll, das geht ja tatsächlich mit irgendwelchen Dokumenten, äh, die, äh, ihn halt in den Knast bringen können und da hast du ihn dann an der Hand, so, du kannst Leute ja auch auf, du musst ja nicht mal jemanden umbringen. Das ist fast schon die plumpeste Art, ne, weil die ja so nachweisbar ist, aber du kannst Leute doch komprimitieren. Also, ich glaube schon, dass da extrem viel Deckel draufgehalten wurde, so gut wie es geht. Ich hab mal gelesen, dass so 100 Leute ist so der Level, wo man Leute noch, äh, wo man den Deckel noch draufhalten kann. Es sind mittlerweile einfach zu viele geworden und das, obwohl, so zumindest sagt das ja auch dieser Grohl in seiner, in der Grush in diesem anderen Interview, ähm, wo das alles ausgelöst wurde durch, dass, ähm, äh, also es wurde nicht dadurch ausgelöst, aber es wurde dadurch begleitet in den letzten Wochen, ähm, und, äh, ah, was, verdammt, was hat er gesagt? Äh, den Deckel, ja genau, äh, dass die auch Leute halt so ausgesucht haben für diese Rekrutierung, ähm, das Wichtige ist, dass sie ein Geheimnis behalten können und nicht so wichtig ist, dass die jetzt in ihrem Job mega kompetent sind. Also gerade bei Wissenschaftlern und Co. Finde ich es interessant, weil die ja auch scheinbar nicht, nicht so wirklich weiterkommen. Äh, und das ist dann natürlich das Problem von Leuten, die du holst, weil sie ein Geheimnis behalten können. Sie, sie, äh, vielleicht sind sie so unsozial, dass keiner mit ihnen reden will, aber vielleicht, äh, sind die dann halt nicht die Besten in ihrem Job oder so. Äh, und dann nimmst du aber lieber die und hast dann aber nicht die Besten im Job und hast dann quasi so dieses Problem, weil wenn du Leute wie Bob Lazar oder so reinholst, dann merkt man ja, was passiert. Dann kommen die irgendwann und sagen, äh, hier Aliens, da drüben, die haben Aliens, ja, da kommt fette Van und du wirst reingeworfen, Sack über den Kopf und dann wirst du in der Wüste direkt neben den ET-Modulen vergraben. ...into key moments from this testimony. Welcome, John. I appreciate that. It's great to be here. Thank you. Great to have you. What did you make of the disclosures today at the hearing? You know, it was a lot of going back and talking about the importance of UAP, flight safety concerns, and all of that is of paramount importance. We have to look at this topic. It's something that's been around for decades. It's one that can't be explained. It's well documented with evidence in U.S. government files that has come out, and we can prove that. But it's time to turn up the heat a little bit. I think that we need to get the agency heads in those seats. The witnesses today, I think, did a great job. Ryan Graves and David Fravor, I think, brought a lot to the table. They were excellent with their testimony. David Grush was as well. But I'm a little bit more skeptical about the explosive nature of the claims that he is bringing forward. So what we need to do is essentially have the people that are feeding him that information and get them in the seat and turn up the heat there. Yeah, that's the thing is, when they, also I mean, I don't know, but the NDAs werden ja wahrscheinlich unterschrieben bis ganz nach oben. Und dann können die sich ja immer rausreden, so wie wenn du den I plead the fifth oder so, wenn du quasi sagst, ich möchte dazu keine Aussage machen, dann kannst du es ja immer sagen und dann sagst du das halt zu fast jeder Frage und das gab es ja alles schon. Und hier frage ich mich, naja, die sitzen dann halt auch da und sagen dann, dazu kann ich keine Angaben machen, dazu kann ich ihnen nur privat was sagen, dazu darf ich nichts sagen, das wäre Verletzung meiner bla bla bla. Da gibt es irgendwie dann zehn Varianten derselben Antwort und das ist so ein bisschen wie wenn du einen Politiker einlädst, du kriegst halt keine Antwort. Kannst du noch so oft versuchen, du kriegst sie ja einfach nicht. So, aber gut. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Dann würde ich es machen, das ist der Aidaway, der Verwirrung. Erstmal mit was völlig Blödem kommen. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Dazu kann ich nicht, was, äh, gelb. Gibt's Aliens? Ja! Nein! Oh! Hast du direkt, denkst du dich, äh, ja, fuck. Damit haben sie mich gekriegt mit der Lieblingsfarbe. Wir brauchen so einen speziellen Fragensteller. Wir brauchen jemanden, der bei so Quizshows arbeitet, wo diese Fragen so rückwärts verdreht sind. Und die müssen die Fragen so stellen, dass die an dem NDA vorbei antworten dürfen. Oder du hast, das ist der genialste Raum, ich hab's grad gelöst, Leute. Ich hab's gelöst. Alles, was du brauchst, ist einer, der kooperiert. Das ist natürlich die Frage, will ich reden mit dir. Aber wenn du da einen hast, der es will, aber nicht darf, dann mach doch mal folgendes. Stell zwei Leute rein in den Raum. Von mir aus Polizisten wachen, die eh schon da sind. Der eine hat ein T-Shirt A, der andere hat ein T-Shirt B. Und dann sagst du dem immer so, wenn sie es so sehen, wie würden sie es sehen? Also sie haben Varianten A, so könnte es sein, oder Variante B, sie müssen ja nicht antworten, aber gucken sie doch mal in die Richtung. Und dann guckt er zu A und alle, ah. Es gibt Aliens. Er hat nach A geguckt. Und da können die Skeptiker immer noch sagen, er hat in die Richtung geguckt, aber du weißt es und ich, wir beide wissen es. Aliens. Ja, ich meine, das ist ein Explosive Claim. Wir müssen dig into das. Aber again, these are stories that he's heard, he's come forward with. And look, I don't really have reason to believe that he's sitting there lying and manufacturing this, but where I want, what I'd love to see is Congress to dig in more of that, dig into that background. Now, I know that this is an important first step, and many will argue this is a step process that they need to, you know, essentially start here and go from there. But let's face it. I mean, the explosive nature of these claims is literally humanity changing. And I think that that the people that that Grush talked to that brought him those claims, those are the ones that need to sit in front of this committee. And although today was great, we've had these hearings. Now we've had government reports that have already locked in the importance of UAP, the safety concerns and how it needs to be dealt with. So we've established that that foundation is solid. It's time to move forward because there's more explosive things to look at. And if we can dismiss those, if there's nothing to it, then let's do that. But focus on these phenomena. It is real. And go from there and take appropriate action and ask appropriate questions. Yeah. As David Grush acknowledged in his answer to Congresswoman Nancy Mace, you know, he had this very, this huge claim, which if substantiated would, you know, would be one of the most important discoveries ever made on the planet, that there are non-human pilot bodies of non-humans recovered with these crafts. That was a claim he made today during the hearing, but he had made, you know, earlier on on when being interviewed on News Nation on our sister network. So the question then becomes, you know, he's saying that he can't say the names of the people who have the first hand knowledge in front of Congress, but he can tell them privately. There was a lot of conversations with a skiff. I don't know if you want to give, you know, viewers more information about what that actually is, you know, oder das Sicherungsraum, wo er diese Informationen geben könnte. Ist das etwas, das jetzt eigentlich passieren könnte? Ist die Initiative auf den Kongress, um durchzuführen? Ich hoffe so. Ja, in Briefe, ein Skiff ist eine Facilität, die in die klassifizierte Informationen können. Obwohl die Telefonen sind außerhalb, und es ist eine Facilität, die nicht beobachtet werden kann, um diesen typen sensitiven Gespräch zu haben. Also ich hoffe, dass das passiert. Representative Burchett hat gesagt, dass... Genau, darum geht es ja auch. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es ja auch darum geht, dass Geld der Amerikaner benutzt wurde für Dinge, die dann ihnen vorenthalten werden, was ein Amerikaner schon mal gar nicht so mag. Natürlich versteht das jeder Amerikaner auch mit dem Thema Militär und Sicherheit und so. Das, glaube ich, verstehen die schon. Da hätten die gar nicht das Problem. Aber es gibt ja angeblich diese schwarzen Kassen nicht. Damit wurden die aber wahrscheinlich finanziert. Wird das an den Leuten vorbei? Wird es unter einem falschen Namen denen verkauft? Findet es gar nicht statt auf irgendwelchen Abrechnungen? Es gibt ja offensichtlich viele Gelder, die da reinfließen. Wo kommt die Kohle her? Das sind ja alles so Fragen, wenn gleichzeitig der Präsident nicht informiert wird. Das sind wirklich wichtige, grundlegende Fragen, die ich persönlich völlig irrelevant finde. Aber die natürlich wunderbare Brechstange sind, um hier das Militär oder den militärisch-industriellen Komplex oder wer auch immer da die Tür zumacht, hinter die definitive Ja-Nein-Antwort zu kommen, indem man halt mit dieser Brechstange halt das aufmacht und sagt, ey, ja, du stehst jetzt hier unter Eid, willst du in den Knast? Ja, nein. Dann antworte auf diese Fragen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich jetzt gerne mal langsam hätte, dass man dann sagt, okay, die verstecken sich alle hinter ihren Ausreden und den Paragrafen und den NDAs, dann müssen wir da irgendwie anders ran. Weil ich glaube nicht, dass die Senatoren an sich, die ja das alles in diesen, wie er gerade sagt, in diesen Räumen, wo man alles abgibt, wo man sich einmal was anguckt und dann gehst du raus und denkst, da haben wir ja quasi Senatoren schon gehabt, die auch gesagt haben, ja, krasser Shit, den ich da gesehen habe. Ich kann aber nicht drüber reden. Und das ist so, also die Frage ist ja, sage ich immer wieder, wenn das alles nur für Geld oder Aufmerksamkeit ist, von wem denn? Also geht es dann, braucht dieser UFO-Komplex, den es potenziell gibt, mehr Geld und lässt deswegen langsam so ein bisschen Leute reingucken oder haben eben, was ich auch glaube, Konkurrenten vielleicht einen Fortschritt gemacht, der denen Angst macht, weshalb sie das so ein bisschen öffnen müssen, auch um keinen Braindrain zu haben, um Wissenschaftler zu akquirieren, die dann halt auch nicht vielleicht drüber reden dürfen, aber die zumindest, denen man vertrauen kann. So, ich weiß es nicht. Geht es um Geld für den Whistleblower? Ja, aber dann, es gibt so viele Whistleblower mittlerweile, ich kann die gar nicht mehr alle zusammenkriegen. Der erste war Bob Lazar und das ist jetzt 60 Jahre her, also irgendwie kann man sich schon fragen, warum das alles, wenn es nicht um das geht, worum es scheinbar geht, so, worum geht es denn dann? Das ist so, alle die sagen, das ist alles Quatsch, da frage ich dann trotzdem noch, naja, aber was ist das denn dann? Weil das ist ja nicht von der Community gefordert worden, das ist ja nichts, wo die Amerikaner sagen, da hängt jetzt mein Herz dran, der Sturm auf die Area 51 war ja dann doch überschaubar. Insofern, da gibt es eigentlich gar keinen Grund für und das ist halt das Interessante, dass das alles ein Freak-Accident ist, dass einer mal angefangen hat, was zu machen und der andere sagte dann, deswegen mache ich das jetzt auch und am Ende hast du dann plötzlich eben jetzt genau diese Geschichte, dann kommen Senatoren, die wollen natürlich auch Macht und Aufmerksamkeit und wollen auch nicht belogen werden und so und vielleicht ist das so ein Freak-Accident, dass das so passiert ist, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so laufen gelassen wurde, sondern das wird ja seit konsequent, seit 6, 7, 8 Jahren wird es ja scheibchenweise den Leuten eingetrichtert, dass die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht Aliens gibt, also es ist ja total komisch einfach, weiß ich nicht. und hier die, die hier, die hier, die hier, wir sind ja zur catalog, die hier, der politische Grushen in der Klinik die da war. Und dann geht es auf das Grussendor, die hier, die hier in der Klinik hier, zu tun, dann geht es auf den Klinik hier um und dann geht an action auf. Und und sie, die, der, die, die hier, we're talking about, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, planen? Die hier, die hier, die hier, wir uns verknüpfen, hier, planen? Hast du von dem Absturz in Brasilien gehört, das auch schon länger her, gibt aber Zeugen, auch drei Frauen, die ein Alien gesehen haben sollen? Es gibt wie gesagt ganz viele von diesen, es gibt die Dings Lights, Chicago Lights oder so, also es gibt Unmengen von Berichten von ganz vielen Leuten gleichzeitig, die du halt dadurch nicht erklären kannst, also da ist was gewesen, die Frage ist, war es halt irgendein Testing, irgendeine Militärgeschichte, war es irgendwas, weiß man ja am Ende auch nie, das kann es natürlich auch sein, mittlerweile kommen noch Drohnen dazu oder Hologramme, mittlerweile kann es ja wirklich jede kleine Spielart sein, deswegen ist völlig in Ordnung, dass es nicht immer Aliens sein müssen, aber es ist auf jeden Fall, gibt sehr sehr viele unerklärliche Himmelfänomene, die von sehr sehr vielen Leuten auch beobachtet wurden, also da ist dann immer die Frage, klar, du kannst jeden Einzelnen vielleicht auch wegdiskutieren, ja, klappt vielleicht sogar, aber es gibt bei mir dann zumindest die eine erhobene Augenbraue, weil ich denke, ja, es sind aber dann doch schon recht viele und sehr viele unterschiedliche Leute und, also ich sag mal so, wenn du daran glaubst, dass 300 Leute alle lügen, die irgendwas gesehen haben, dann kannst du was, dann glaubst du auch an Sandy Hook, dass das alles irgendwelche State Actors sind oder irgendwelche Schauspieler und das nie passiert ist, so. Das ist dann einfach, ja, wenn du halt nicht daran glaubst, dass 300 Leute irgendwie dieselbe Sache gesehen haben, dann bist du nicht erreichbar für mich mit rationalen Argumenten, dann kannst du theoretisch an alles glauben auch, ne. Früher war es Wetterbalance, heute sind es Drohnen, ja, aber es gibt ja auch, wie gesagt, nicht nur die Aussage hier, dass es diese auch Schiffe gibt, die so groß sind, dass man die gar nicht übersehen kann und genau eins dieser Schiffe gab es mal schon und das haben sehr sehr viele Leute gesehen, also wie gesagt, es gibt diese Landung in Brasilien, es gibt so diese Schule in, war es Brasilien, war das das oder war das Afrika? Ja, ne, ich glaube es war in Südafrika, auf jeden Fall, wo so eine ganze Schulklasse und mehrere Schulklassen Aliens gesehen haben, die auch gelandet sind und denkst du, okay, das ist so irre alles, ähm, ich kann es eigentlich nicht glauben, aber andererseits habe ich auch keinen Grund jetzt 30 oder 100 Leuten das nicht zu glauben, also da ist es dann ab einer gewissen Menge, muss man auch sagen, okay, vielleicht haben die was gesehen, wer weiß, lass uns lieber darüber reden, was sie gesehen haben und nicht, ob sie was gesehen haben. ...inside the DoD, through the Arrow office, the secrecy has strengthened in the last couple of years, not loosened, and so there is something about these phenomena that whatever they are, whatever the root of it is, they do not want us to know the truth behind it, and I would love to see, again, some of those agency heads in that hot seat, the Department of Defense's Inspector General is one of the top of the list, in my opinion, that should be in there. ...for the last couple of years, they've run what they call an evaluation on UAP within the IG's office there, looking at how the DoD has handled UAP as a whole. Where is an update on that? It's been going on literally for a couple of years now. Exakt, das ist nämlich der Punkt, so. Man hat das Gefühl, also wie gesagt, man kommt sich halt, es ist so blueballing, es ist wirklich cockteasing to the max und ich glaube, dass das auch psychologisch so gewollt ist, dass man irgendwann ermüdet, dass man so diese Euphorie, ah, Aliens, ah, okay, Aliens, ah, jetzt kommt die, ah, okay, nee, irgendwann, ah, irgendwann ist dir das egal. Und irgendwann ist auch der Normalo, hat das hundertmal schon gehört, hat sich hundertmal schon drüber echauffiert, fühlt sich dann aber auch nicht wie der Idiot, wenn er dann plötzlich merkt, okay, es gibt doch Aliens. Also du hast echt so eine graduelle, so einen graduellen Abgang des Themas, dass man da noch so eine extreme Meinung zu hat und wirst eben immer wieder so ein bisschen desensibilisiert für das Thema. Ich glaube, dass das auf jeden Fall Teil dieser, falls es eine ist, eine Kampagne der Aufdeckung oder so oder, naja, aber die wollen irgendwas. Aber auf jeden Fall ist das, was sie wollen, wird dadurch erreicht, dass man die Leute so mürbe macht, glaube ich. Let's ask, where are you at? Have you looked at any of these more explosive claims? Why is there this secrecy? Why are you ignoring much of this that has been around for decades? Now arguably they are dealing with it now, but their response is, ah, well, we don't really have anything of great importance to report. Der ja daran gearbeitet haben soll, so gesagt, dass das halt einfach ein Problem ist, dass die halt nicht wissen, was sie damit machen sollen. Deswegen gibt's auf der anderen Seite dann eben diese Theorie, dass eben ein anderer Staat, wahrscheinlich China oder irgendwas, die ja auch alle so Kram haben, dass die halt quasi, also die Idee ist, dass die einen Fortschritt hatten, der die Amerikaner ein bisschen dazu zwingt, jetzt da einen Gang zuzulegen. Das kann ja sein, wer weiß, aber natürlich frage ich mich das auch. Man könnte auch sagen, vielleicht gibt es technische Errungenschaften, die die haben, die sie aber eben uns nicht geben würden als Normalo, weil man sie natürlich für die Überlegenheit des Landes in der militärischen Frage nutzen muss eigentlich schon. Ich nehme an, jemand, der das beruflich macht, der ist fast schon verpflichtet, hat wahrscheinlich ein Eid abgelegt, dass er bei allem, was er macht, immer zuerst denkt, wie kann ich Schaden von meinem Land abwenden, wie kann ich mein Land in dem Kampf der Länder bestärken, verbessern. Also ich denke, dass die einfach anders denken, also so Leute in diesem militärischen Komplex. Ich höre jetzt auch kurz auf, aber das ist wirklich das Ding. In Brasilien, das habe ich glaube ich so nicht gehört, aber es war so ähnlich. Also ich meine, so wie du schreibst, habe ich es nicht gehört, aber werde ich mir nochmal anlesen. In Brasilien hatten die Kontakt mit den Aliens, waren face to face auf circa drei Meter dran. Das ganze Dorf hat gesehen, wie auf einmal das US-Militär da war. Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an diese Wetterballons und an, ne, ihr wisst schon, diese komische Momentgeschichte, diese komische Momentaufnahme, als zwei Wetterballons abgeschossen wurden und dann dieser chinesische Spionagegeschichte und dann haben sie gesagt, dass ihre Radaranlagen verbessert wurden und sie deswegen sowas plötzlich wahrgenommen haben. Das wirkte auch alles komisch. Und ich meine, in dem Fall können die wahrscheinlich sehen oder checken vielleicht, wo eben UFOs hinfliegen. Und das ist wie in XCOM, sobald die irgendwo hinfliegen und landen, schickst du sofort deine Flieger hin. Aber erstmal musst du sie ja natürlich orten können. Und das scheint ja dann doch schwerer zu sein als gedacht, weil ja die Navy-Piloten und alles, Navy? Ist die Navy auch US Air Force? Ne, die Air Force-Piloten. Navy ist natürlich Schiffe. Die Air Force-Piloten haben da ja immer wieder drüber gesprochen, dass diese Dinger sehr schwer anzulocken sind und sehr schwer zu verfolgen sind, weil die sich so ohne Widerstand zu bewegen scheinen. ... of a bigger pile of evidence already there. So let's get those agency heads in there and start grilling them with the same type of heat that we've seen in other hearings outside the UFO arena. John, you posted your ideal witness set up for this hearing on Twitter. Do you want to explain that for us? Of course, yeah. And again, I want to just stress that the witnesses today, especially Graves and Fravor, are paramount to this conversation. So I'm glad they're there. I don't want to take away from that. But I did put together kind of a dream list of people to sit in that hot seat and get questioned by a committee like this and not have it last 90 minutes, but literally days. And why I say that is there are a lot of layers to this onion. And you don't need to talk about leaks or anonymous sources that are telling me this, but rather use the government's own evidence to prove this is something of astronomical, pardon the pun, importance to deal with, not only from a safety hazard position, but also something that humanity should know a little bit more of. And that list of people are those that are completely tied to the secrecy that has lasted for decades and strengthened in the last couple of years. The IG for the DOD I've already mentioned, but also the inspector general for the intelligence community. I think he would be high on the list because David Grush, with the information that he's come out with and the claims that he's made hearing from other people, what has the ICIG done so far? And I think even though the investigation is still ongoing and there's a lot that they likely can't share, put him in that hot seat and make it known that Congress that are representing the voice of the people need to know, is Grush telling the truth? Again, my skepticism aside, it doesn't matter. He should be under oath. And the inspector generals that have heard this now for well over a year or two should be questioned and find out what have you guys done with potentially humanity altering information. And if there's nothing there, let's hear it. If there's something there, let's hear it. And if they have to go behind closed doors, well fine, do it. But the time is now, you know. I mean, we can't just have these beginning points and starting points because in my opinion, we've already had multiple starting points. That foundation on the importance of this topic is there. So let's move forward. Creator of the Black Vault, John Greenwald Jr. Okay, that's super interesting. Was jetzt gerade gesagt wurde, dass wir anfangen sollten, die Leute mal, wenn wir überhaupt jetzt diese, wenn wir diese Anhörung ernst nehmen. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Wenn wir ernst nehmen und es nicht nur eine Show ist, um so zu tun, dass man irgendwas tut, dann sollte man einfach die richtigen Leute dahin packen, die auch reden dürfen oder die man zumindest vorher so brieft, was sie sagen dürfen, sodass man weiß, dass da was Sinnvolles bei rumkommt. Und ich finde es halt, wie gesagt, für mich wird es immer mehr zu Project Blue Balls, weil man irgendwie wartet, dass mal irgendwie jetzt wirklich was passiert. Aber ich muss sagen, dass es für mich das Ganze immer mehr bestärkt. Aber mein Gott, ihr kennt mich ja jetzt auch schon eine Weile. Es ist ja, ich bin ja nicht, bin dem Ganzen ja nicht so fern und kann mich mit sehr vielen Ideen identifizieren und mich da auch reindenken. Und manche finde ich glaubwürdiger, manche weniger glaubwürdig, aber insgesamt merken wir, glaube ich, finde ich, merken wir, glaube ich, alle, dass da schon insgesamt mehr ist. Also nicht unbedingt jetzt, nicht gar nicht mal unbedingt jetzt auf diese Situation bezogen, aber einfach irgendwas scheint ja zu sein, ob es Wakanda ist, die ihre überlegende Technologie nicht mit uns teilen wollen oder ob es Dimensionssprünge gibt und wir irgendwie uns da so verteilen durch verschiedene Dimensionen springen. Vielleicht gibt es ja wirklich diese Quantum, ich will nicht Quantum Suicide nennen, aber so heißt eine der Theorien, aber eben die Idee, dass wir halt endlos weiter existieren in allen möglichen Dimensionen und so. Das ist alles so eine Vorstellung, wird für mich immer realistischer, dass das alles so Geschichten sind, die im selben Raum stattfinden, aber gar nicht zwingend sich nie begegnen, weil sie auf anderen Ebenen stattfinden. In der Dimension X natürlich. Ja, wer sich auskennt mit Phatasmagoria 2, der weiß Bescheid. Also ich hätte voll Bock. Ich meine, ich habe jetzt auch zu dem Thema ja schon viel gesagt, viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil dann wiederhole ich mich ja auch immer, aber natürlich wäre es toll, die Menschheit würde, glaube ich, dadurch erst sich ein bisschen verkabbeln und dann auch, es wäre schlimmer als Corona, die Ungläubigen und die Gläubigen würden sich bekriegen, aber irgendwann würde es, glaube ich, der Menschheit helfen und uns vor allen Dingen einen neuen Blick auf die Welt geben, so wie uns ja der Blick auf die Welt nach dem Start der Raumfahrtprogramme ja auch in gewisser Weise vermittelt hat, dass wir eigentlich eins sind. Und ich will nicht sagen eine Gefahr von außen, aber eine Perspektive von außen auf uns kann ja auch super helfen, uns wieder als das zu sehen und vielleicht unsere kleinlichen Dinge zu vergessen, womit ich nicht sagen will, dass, ich glaube nicht, dass Putin jetzt morgen sich von irgendwas überzeugen lassen würde, aufzuhören, irgendwie ein Arschloch zu sein, aber vielleicht geht dann ja aus Versehen mal so ein Phaser los und plötzlich ist Putin nur so ein Häufchen Asche. Ich will ja nicht sagen, dass ich das gut finde, aber ich fände es gut. Es gibt halt einfach zu viele Unbekannte noch. Wir werden weiter uns fragen müssen, weiter hadern müssen, nachhaken müssen und wir müssen auch irgendwann mal aufhören, nachzufragen, weil irgendwann konsumiert es dein ganzes Leben und dann wird dir auch die Erkenntnis am Ende nicht mehr weiterhelfen, weil du bist dann nie zufrieden. So Leute, wir schicken euch jetzt wohin? Wir haben es nicht ganz geschafft, 111.300.000 Follower zu kriegen, nee, 111.300 Follower zu kriegen, aber es sind noch 13. 13, das schaffen wir vielleicht noch. Okay, wo wollt ihr denn hin, Raiden? XQC, Papa Platte nochmal, Trimax, Siegesmund. Ja, Siegesmund, das ist eine gute Geschichte. Oh, der Siegesmund sitzt hier in seinem Michel-Rodriguez-Tanktop. Könnt ihr euch mal schön ein bisschen Geilheit abholen bei ihm. Grüßt ihn von mir, der spielt, wie gesagt, Hand. Natürlich was sonst, wenn ihr irgendeine Frage zu Hand habt, kann er euch die wahrscheinlich beantworten. Wahrscheinlich kann er euch sogar alle Fragen zu Hand beantworten, beantworten, alle Fragen zu Hanf, alle Fragen zu Hand. Und das war's dann. Bis dann. Tschüss. Klick. So, jetzt könnt ihr nämlich noch schnell reinraiden in den Lauch und könnt ihm hier seine arligen Arme lecken und ihm sagen, was für ein sexy Boy er wieder ist. Okay Leute, ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Eins noch vielleicht für die Leute, die es jetzt als Video sehen. Ihr könnt gerne Daumen hoch, gerne auch mal kommentieren und natürlich abonnieren. Auch Montalk, mein zweiter Quatschkanal für Labereien über alles. Hier wird auch das natürlich landen, dieses Video. Also da könnt ihr gerne mal beide Kanäle adoptieren und in euren Rhythmus aufnehmen. Das würde mir helfen. Und jetzt schicke ich euch zu Fabian und wünsche euch da Spaß. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut Leute und bitte abonnieren. Tschüss.